so freunde hallo da sind wir wieder für das letzte schiff würde ich mal sagen und dafür habe ich mir jetzt ein helium gefordert ich bin auch schon mal in die nähe gereist weil das letzte ding liegt etwas weiter mehr draußen auf dem meer und da haben wir keine direkte flug schneise dahin die ausreichend würde um anzukommen deswegen habe ich erstmal das hier geholt und vorteil ist wir haben raketen ich bin mal gespannt was wir hier zu machen haben ob das auch so ein schweres schiff wird wie das letzte weil da hatten wir anfangs der echten mega probleme weil alles da explodiert ist und co aber ich denke mal das hier dürfte etwas angenehmer werden hoffe ich zumindest klingt als würdest du erwartet das hilft ihnen auch nicht jo erstes ging kaputt so 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 bitte Ihr Scherz schon wieder explodiert Ah Oh, diese Sniper, ne? Bleib an ihm dran Oh, du Kackbratze, bleib stehen Oh Also wir haben ja hier jetzt quasi alles gemacht Ich bin dran Ich bin dran Oh 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 Reichlich Windkanonen hier. Wir sind sicher aus Solis. Brücke, ich muss an den Hauptrechner ran. Brücke, ich muss an den Hauptrechner ran. So, die Dinger müssen jetzt kaputt sein, oder? Was ist hier los? So, wir amüsieren uns hier. Na bitte. Jo, Steuerung ist weg. Das ist gut. Ich liebe das. Auf, los! Wirk uns los! Wirk die ganzen Kisten ins Wasser. Hallo? Oh! ARBIT! Ja. Quatsch. So, hier sollte eigentlich jetzt nichts mehr sein. So, das war es eigentlich hier. So, das war es eigentlich hier. So, da hast du recht. So, da stimme ich dir komplett zu. Irgendwann muss es immer gut sein, ne? Na los, komm her. Okay. 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 So, sind die Dinger im Wasser? Natürlich. Okay, hier haben wir jetzt nichts mehr. Okay. 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 Oh Oh Ich glaube wir haben hier hinten noch Oh 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 So, die Dinger bin ich froh, dass ich die los bin, weil das sind echt miese Teile. Wirst du langsam schludrig, Rico? Jetzt geht's los. Zellen wieder aufgeladen. Okay. Scheiße. Mach dieses mal schneller, Rico. Ich muss nur noch die Antenne lahmlegen. Das U-Boot hat jetzt Funkstelle, Rico. Jetzt muss ich nur noch das restliche Equipment ausschalten. Hm. Restliche Equipment. Ja, das sind noch zwei Stellen. Ah, drin ist nur was. Ja. 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 da jetzt reichen hier ja die auch Nei, die Zählen nicht. Was ist das? Der Terrorist wird jetzt... Nicht nett! Amale! Aktivieren das Kommunikationsrelais! Rodrigues darf nicht hinter Zwischenfunken! Ja... Bleib an den Kabeln, die sorgen für ein Kurzschluss, dann kommt das Relais raus. Ja, das kann man zu sehen, wie man will. Ja, das kann man zu sehen, wie man will. Ihr seid auch erledigt. Das war's. Whitefeather ist manövrierunfähig. Rico! Was ist los? Ich habe Miller gefunden. Komm zu mir! Hm. Jetzt bist du dran! Boah! So. So, das war es dann. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei dem abtrünnigen Agenten.